Musik Äh, ne, nicht Item, Spezial benutzen. Oh, Fortuna, was? Fortuna steckert Glücktegruppe. Ah, cool. Ah, Handgranate. Sehr schön. Mit Feuer greift er an. Gut, das heißt, es ging eisanfällig. Hatte ich da nicht mal was? Dann schmeißen wir noch eine Granate. So. Ja, und greift er an. Sehr schön. Aber, Schwarzmagie, Eisra. Sehr gut. Anfälligkeitenwechsel kommt wieder. Hey, kommen wir jetzt raus, die kleine Maus. Sonst ist sie... Wop! Upsala, das tut weh. Juna. Ich weiß noch nicht, was er angreift, ne? Deswegen muss ich noch abwarten. Wenn er dem Sprengangreift kann, ist das dementsprechende Ehren einsetzen. Und so lange muss man jetzt noch kurz Geduld üben. Und vor allem muss man es passen, Ehren überhaupt haben, ne? Greift er oder mit Blitzern, hätte ich schon eine Idee. Feuer. Wir haben aber kein Eis, ehren. Ist so schlecht. Aber wann? Kriegst du das Mahl? 1700. Anfälligkeitenwechsel. Leider nicht viel im Portfolio, wie es aussieht. So. Heile, heile Seele, ne? Morgen kommt das Rehle. Achso, an... Was, was, was? Nein, ah, ich wollte die Dode. Ich hab mich ver... Drückt. Äh, Juna, du kriegst das Mahl. Sorry, mein Fehler. Verklick. Feuer. Beten. Ne Text, sondern Spezial. Das hier ein bisschen geheilt wird. Schwarze Magie. Eisrahm. Oh, das war's. Das ist gut. Vielleicht habe ich von Rari und Baka nicht benutzt, aber ich glaube, der ist noch nicht da. War der da? Puh. Glück gehabt. Check, Späuriten gefunden. Oh, holy shit. Das gibt was. Alter, 3000. Weiß, jeder kriegt die XP, nur Waka nicht, weil er nicht mit dabei war. Oh, ist es bitter. Ein, ein Ability-Späurit. Na, danke. Okay. Wow, das ist alt. Ich weiß nicht, ob du es wieder spielen kannst. Jack'd left es hier zehn Jahre vor. Ah. Spiel es wieder. Vielleicht, kann ich mir das wieder fragen. Mhm. Hmm. If you say so. Well, it better be a lot more colorful when we come back. A parade for Broska, vanquisher of sin. We should go. Day will break soon. Moran, could you stand closer to him? Good. That should do it. What's the matter? Afraid I might bite. Checked. Broska, you should take one too. It'll make a great gift for little Yuna. I suppose. Lord Broska, we shouldn't be wasting our time like this. What's the hurry, man? Let me tell you what the hurry is. Oren. What's the point? He wasn't on some pleasure cruise. I think there's more. Hey. If you're sitting there watching this, it means you're stuck in Spira like me. You might not know when you'll get back home, but you better not be crying. Although I guess I'd understand. But you know what? There's a time when you have to stop crying and move on. You'll be fine. Remember, you're my son. And... And... Well... Uh... Never mind. I'm no good at these things. Anyways... I believe in you. Be good. Goodbye. He sounded almost serious, but it was too late. He was serious. Jack'd... Jack'd... Had already accepted his fate. His fate? Jack'd he... He was always talking about going home to Zanarkand. That's why he took all those pictures. To show them to you when he returned. But as he journeyed with us, and came to understand Spira and Braska's resolve... It... Happened gradually. But Jack'd... Changed. He decided he would join Braska in his fight against Zan. So then... He gave up going home? That... Was his decision. I guess I understood. My old man. He knew there was no way back home. Back to Zanarkand. He wanted to go home... But... He knew he couldn't. He couldn't go on until he accepted it. Besides... Even if he had found a way back... I don't think he would've left his friends behind before their journey was complete. Alright. Let's go, guys. Maybe I had to start accepting my own fate. He looked cool out, on jeden Fall. Nö... Hier scheint nichts mehr zu sein. Nein, hier ist auch nichts mehr. Wait. Ja? Jack'd loved you. Oh, come on, please. He just didn't know how to express it, he said. Enough about my old man, okay? Okay? I just thought you should know. Okay. Thanks. 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 Gonna be like! Yeah, it's really good. Da willst du nach Hause, kannst nicht so einfach weil's nicht geht. Ja? Dann musst du schauen, wie es am besten anstellt. Aber dann stellt man sich halt natürlich immer die Frage, was denken die, die man zurück gelassen hat darüber. Das... ...ist eine andere Geschichte. Oh, was sehen denn meine hübschen Euglen da? Ja, hallo. Miau. Der Vogel wieder. Duna, da kommst du jetzt mal raus. Wacker darf man rein. Wacker schmeißt den Piepmatz jetzt ab. Und Aura macht den Piepmatz kalt. Oh, nee, Ata. Aha. Ach so, das ist Wacker. Der kann das ja gar nicht. Aber Aura kann es. Schön, dass Zweck Zulu noch mitkommt. Albert Lexicon BP, sehr schön. Ich will da schnell rein. Müssen Sie das mal heilen und speichern. Kann man da wohl speichern? Ja, sehr schön. Dann mache ich auch kurz einen Aufnahme-Cut gleich. So, wir speichern aber erstmal. Jetzt, hopp, rüber. Danke. So. Und bin gleich wieder da. Sekunde. Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie alle herzlich willkommen zurück am Stück bei Final Fantasy 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Und, ähm, wir reden mal mit Jungen. Geh mal raus. Erstmal das Teil angucken. Ach so, Alp-Bet-Lexikon-Kombi, genau. Ja, bringt ja nichts. Wir haben ja eh nur einen Spielstand. Von daher ist es egal. Aber Ron, was geht? Alles kann passieren. Mach sicher, dass du bereit bist, richtig? Aha. Allerdings. Kimari, was geht bei dir so? Los, sprich mal meine kleine Katze. Schnorr. Tempel nicht weit. Warum stopp hier? Weil klein Rico sich einkackt. Oder sind wir da schon vorbei? Nee, da sind wir schon vorbei. Was sag ich da? Können wir jetzt gehen? Ich bin zufrieden, zu warten. Ich will da gar nicht hin. Juna will heiratet. Das ist schon... Mann, ich hätte sagen sollen, dass ich sie lieb habe. Ach, Mann, ich kotze es. Oh, und den Luno hier anflirrt. Mensch, Waka, das ist doch deine Braut bestimmt, oder? Ach, Kerl. Jungs, ja, ich weiß, was ich tun soll. Okay, Waka, was meinst du dazu? Seriously? Eine Wettbewerb ist nicht supposed to make people feel this bad, huh? Komm, don't say that. Hm. Ich sage, was ich will. Ever since I was a kid. Oh, so you're an adult now? You know it. Hm. Lulu, können wir denn irgendwie... Auftragsmörder oder sowas... Losschicken, vielleicht. Juna ist wirklich kalt. Was soll ich sagen, Mensch? Ich spiele ja seit ein paar Tagen und dann keine Frau ge... Egal. Entschuldigung, geht jetzt. Nein, das ist gelogen. Es ist großartig, ich würde sie begrüßen. Aber es ist ein Schmerz. Ich hoffe, Lady Yuna würde die Schmerzen der Schmerzen bringen und die Schmerzen bringen. Yuna wird immer noch eine Reise, auch nachdem sie heiratet. Oh, das ist auch so großartig, Herr Resolve ist admirable. Ach, Mann. Wir haben ja mal gequatscht, ne? Das ist so ein komisches Ding nur für Tutorials. Juna, was meinst du? Oh, das sind Schlittschuhe an der Wand. Die verkaufen hier Schlittschuhe? Können wir Schlittschuh fahren? Cool. Geht's vielleicht bei dir? Ne, lass mal. Ja, ja. Keine Ahnung. Vergiss nicht, zu schmerzen. Erinnerst du es? Oh, du bist richtig. Ich versuche es zu erinnern. Dann heirate ihn doch einfach nicht meine... Schöner Teddybär auf dem Boden. Bestimmt Kunstfell. Geh mal raus. Schauen, was uns hier erwartet. Ah. Hi there. Das wollte ich jetzt nicht. Willst du dich an das? Sie lassen mich immer behindern. Oh, du willst mich, dich zu schmerzen? Daher. Good boy. How did you know what it wanted? Ah, I've always been able to tell how Chocobos feel. Maybe I'd make a better Chocobo-breeder than Chocobo-Night, huh? Hey, what job do you see me doing? Chocobo-Pfleger definitiv, man. Der geht doch die ganze Sache von vornherein auf den Pils. Und hier, äh, www, äh, www. Und wenn du sie eh so gut mit den Chocobos auskennst, wird lieber ein Pfleger anstatt Retter. Vor allem ist deine Lebenserwartung dann deutlich erhöht. Anstatt mit 30 stirbst du vielleicht irgendwann mit 80 oder so und stirbst dann auf dem Schlachtfeld, sondern halt einfach irgendwo in einem Rollstuhl oder in einem Bett und siehst deine Geliebten noch einmal und deine Enkelkinder wird Pfleger, ist gesünder. Außer man Chocobo reißt dir im Kopf ab, dann natürlich. Aber das ist, ja, Berufsrisiko, aber wie gesagt, ich denke, als Chocobo-Pfleger. So, jetzt, irgendwie, glaube ich, wir haben es mal als gehabt, äh, lebst du deutlich länger. Doch, 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 bin ich mir sicher. Ja, ich denke so, too. Juhu. Hm, du weißt, ich könnte es einfach mal versuchen. Nein, mach es einfach mit deiner Schüsselfrisur. Lass mich doch an die Kiste, na. Dann lass ihn lachen, das ist deine Entscheidung, was du machst. Nicht die Nähe. Und jetzt gebe ich dem Chocobo und dann gebe ich mir seine Kiste. Mann, Junge. Ah. Geht er weg. Ach, das wird mal noch angegriffen. Nö. Wacker, Achtung, du wirst gleich tot. Egal. Äh, blindtieb. Auf Vogel, genau. Komischer Vogel. So. Ich katze, trotzdem trifft es Drecksfee. Warte mal, aber nenn. Dings können wir jetzt treffen. Ja, klar, Luke. Ach. Eispudding. Hier. Tschüss. Eispudding. Wuff, wuff. Super. Lulu kann ausweichen. Ich krieg wacke wieder aus dem Maul. Du Arsch. Bist du bescheuert? Behindert oder was? Träf die Frau doch nicht an. Du weißt jetzt den Vogel-Julu. Komm. Ja, beiß den Tod. Gut. Er ist selber schuld. Komm, mach Schlafhieb. Ja, will ich auch mal sagen. Ist genug jetzt. Geht's go. Ja, es wird reingehen und heilen. Ui, 1000 irgendwas. Okay. Halt, warte mal. Wir haben was Neues. Äh, Ausrüstung. Aura, ne? Oh, nö. Erstmal kurz reingehen. Einen Spiroiden reingehen oder ein Speicherkedöns hier. Abbrechen. So. Rausgehen. Hm, mit dir kurz quatschen? Ja. Könnte wichtig sein zukünftig. Äh, Items. Da ist immer noch nichts gescheit. Was ist ein Freak? Ich gehe jetzt. Lady Yuna. We've been expecting you. Nein, du gehst jetzt kurz. Wir waren überrascht, dass du so schnell kommen würdest. Leidlich überrascht, natürlich. Lord Seymour sendet seine Entschuldigungen, um zu haben, ohne Notiz zu haben. Es ist ziemlich okay. Ich habe eine Frage, wenn ich mich. Herr. M'lady? Ich möchte, dass ich weitergehe. Auch wenn ich mich verhinde. Du denkst, dass Maester Seymour würde ich? Aber natürlich, m'lady. Lord Seymour wünscht nichts anderes, ich bin sicher. Ich habe dich gelevelt. Mann. Wir müssen die Guanto-Tradition folgen. Ich muss dich hier ein bisschen länger warten. Ich werde jemanden senden, um dich zu besuchen. Ich habe dich gelevelt und ausgerüstet. Du kannst nicht einfach gehen. Wir sind alle mit dir. Geh, wie du willst. Danke. Entschuldigung. Das war deine Linie. Yuna! Ja, Herr! Ach so, ja doch, da lang. Okay, jetzt war ich gerade irritiert. Mann, Mistviecher. Ja, Lulu. Bravo, Lulu. Ach, Mann, nein, du kannst kein Eisrahmacher. Das killt den doch. Fall jetzt nicht vor dem Kampf. Leute, hört auf mit dem Scheiß. Ich flipp aus. Mann! Tschüss. Schlag den kleinen Köder kaputt. Meine Güte. Oh, nein, warte mal. Die kann man noch gebrauchen. Äh, Textkraftbecher. Ach, das fährt ich wieder auf den kleinen Panzerknacker. Hop, 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 hop. So, Schwarzmagie, Feurer. Natürlich hat er mit unseren Kollegen noch gesprächt. Das ist mega. So, jetzt kommen wir gleich erstmal noch heilen. Super. Zum Glück hat Kimari die Fähigkeit, dass er so ein Ding sein kann, die Leute. So, Abilities. Kimari, Vita. Ah, war das klar. Das gute Gefert kaputt. Stand back. Thank you. Lady Yuna. Hä? Die gehen? Wow, 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 wow. Flick mal nicht aus. Macht euch bereit. So könnte es geheißen haben. Die AB, äh, Siegeleinheit versiegelt Zauberbeschwörungen. Äh, Waka? Will ich mich verarschen, oder? Ja, mach mal Ahnen, stärkerte Reflexegruppe, finde ich sehr gut. Dauerfeuer, finde ich nicht gut. Tut weh, he. Waka, jetzt mach den scheiß Vogel kaputt. Das gibt's doch nicht! Rico, jetzt brauchen wir dich spezial benutzen. Eine Handgranate. Ich hoffe, das hilft auch gegen den Piepmatz. Ah, geht doch. Yuna, du kannst jetzt die Magie benutzen und kenne Aeons. Nach drei Runden bis zum Magiestrahl. Was? Yuna. Oh, halt, jetzt machen wir die Ultimative. Meisterruf. Ich sie ja nämlich. Weil dann können wir nicht mehr mit seiner Ekstase. Dann hauen wir die raus und dann gucken wir doch mal das Vieh weg. Was kriegst du? Nein, warte mal falsch. Oh, das war so geil. Schön, Alter. Naja. Gut. Ich hoffe, das fetzt richtig. Ja, 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 ja. Sieht aber schön aus, das Ganze. Vor allem muss man dazu sagen, die müssen ja echt herkommen. Da ist süchtig zu mir, ne? Also, gerade wegen solchen Attacken. Spiel 519. Das Ding lebt noch. Stürmen. Achtung, da rammt dich. Oh Gott, du bist gleich tot. Du bist gleich tot. Mh. 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 Fügt ein Gehmer Schaden zu einem Gegner. Polo C, C, D, Red. Ja, hau mal rein. Äh, Y, B, X, A, links, rechts, A. Puff. Okay, Waka, du bringst uns ja nicht viel. Lass Lulu mal ran. Lulu, Schwarzmagie, Blitzwahn, ne? Wie viel hat er noch? Nein, da hat er nichts. Ach, du Scheiße. Achtung, Auran, pass auf, pass auf. Nein, das ist, oh, Lulu. Oh, 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 oh. Äh, beschwören kann man nichts. Machen wir Weißmagie, Vita, Vitra wäre jetzt geil. Ekstase, Wut, Blitzwahn und drauf. Boah, wenn man das saure macht, dann geht das ruhig. Also nicht zu schnell drehen, sondern nur saubere Umdrehungen, dann geht das echt gut. Stürmen. Nein, 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 oh, 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 oh. Oh, 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 oh Das ist ja theoretisch nicht mehr viel. Siegeln sind die Anwendung von Zauber und Beschwörungen, das ist klar. Anfängigend Stromelement wird sie angegriffen und bindet die Siegeleinheit. Die Anwendung, ja okay gut. Auch mal drauf, 302, das bringt nicht viel. Stürmen und auf wen? Oh, 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 oh. Alter, das hat wehen. Ne, beten bringt uns nicht viel. Weißmagie, beta. Lass mal gleich wen beschwören, das sind jetzt zumindest safe soweit. Lass mal Eifried aus dem Karton. Oh Gott, oh Gott, oh. Wenn wir ganz viel Glück haben, überlebt Eifried das. Oh, das wird jetzt warten. Das 16.000 Leben hat das Scheißteil. Ich lege durch. Oh, ich weiß, was wir machen können. Genau, jetzt gehen wir auf die sanfte Tour. Sanfte Tour nimmt weniger Schaden, exasste steigt nicht, das ist okay. Ich hoffe, es ist überlebt der. Jo, läuft. Greifen lieber so an. Stürmen. Ja, los, ram ich. Au, tat weh. Mach drei Runden bis Magiestrahl, okay. Mach zwei Runden bis Magiestrahl, okay. Schwarzmagie, Feuer auf uns selber. Müssen uns heilen. Noch eine Runde bis Magiestrahl. Der kommt jetzt nämlich wieder. Deswegen sanfte Tour. Schützen wir uns. Sehr gut. Schwarzmagie, Feuer auf uns selber. Heilen wir uns wieder ein bisschen damit. Oh, wenn ich vorhin der Feuerack kann, Feuer kann und so weiter. Noch drei Runden. Schwarzmagie, Feuer wird auf uns. Noch drei, noch zwei. Noch eine. So, da kommt ich jetzt als nächstes. Machen wir wieder die sanfte Tour. Jetzt gehen wir schon hin, dass wir noch die Ekstase voll kriegen irgendwie. Hoffentlich. Jetzt kriegen wir erstmal 300 abgezogen, ne. Dann können wir angreifen, ne. Dann geht das Spielchen gerade mal schon so ein bisschen weiter. Ja, das ist okay. So, Angriff. Noch drei Runden. Schwarzmagie, Feuer auf uns selber. Ich hoffe, es ist viel geschauten hinter unsere Taktik. Schon schon ist das echt schwer. Noch zwei, noch eine. Ich probier's mal. Oh Gott, das wird hoffentlich kein Fehler sein. Ich hoffe, ich rieche noch das Doppelte. Also 900 theoretisch. Ne, 1200 ist zwei. Oh shit. Aber überlebt's. Nein, er ist tot. Okay, gut. Mein Versuch wert. Dann hätten wir noch ein weiteres Angebot. Da zumindest Blitz. Mach drei Runden bis Magie strahlt. Okay, schwarzmagie. Blitzer. Ich hab' ne Idee. Hau rein. Es kommt ja scheiß wieder. Okay, schwarzmagie. 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 Okay, schwarzmagie.